Das Meeting hat länger gedauert als vorgesehen. Deshalb hat Ansgar mich nach Hause gefahren. Brauchst dich nicht zu rechtfertigen. Dann hör auf so zu grinsen. Wie grinse ich denn? So eben. Du stürzt dich in extra Arbeit. Das tust du doch nur, wenn du dich ablenken willst. Die hilft mir, mich zu entspannen. Ja, Liebesgedichte. Ich will halt nicht immer nur Paragraphen übersetzen. Aber jedes zweite Wort ist Ansgar. Ich bin nicht verliebt. Nein, natürlich nicht. Eine glatte Fehldiagnose. Fehldiagnose? Hallo. Hi. Ist jemand krank? Nein. Ah, danke. Ich hoffe, ihr habt Hunger. Ja, das hoffe ich auch. Cecilia hat für eine ganze Armee eingekauft. Also, ich bin dabei. Was ist mit dir? Das nennt man dann wohl Flucht nach vorn, wie?